Für den Bericht über Port-au-Wert am LG waren kein Schüler aus dem Welchkanal noch weh, mehr die Jungschüler aus dieser Schule. Das sind die Schüler, die an einem fakultativen Video-School ihren 1. Schritt 4 an den Hörner unter der Kamera machen. Heute aus Port-au-Wert am LG. Wir sind dabei auch froh und können, was sie von unserem Lycée hören. Herr Bruchow, da ist gesagt, was da alles zu gucken ging. Heute aus Port-au-Wert, die Eltern, die hier am 6. Schuljahr sind, die kommen nur heute in Martina hin, weil sie gerne nichts zu Hause. Ihr könnt auch Settium anschreiben. Wir machen einen Rundgang am Fond durch den Altgebäuern und da kommen wir heute an den neuen Komplex, den am 19. Jahrhundert angeweiht gehen, dass man weiß, neben den verschiedenen Etagen, Biologie, Chemie, Physik und Kunstzellen, und eben noch den Komplex sportiv zu tun. Das wird man heute weiß. Hast du schon einen Bruder oder einen Geschwister hier an der Schule? Nein, mein Geschwister ist mein kleiner wie ich. Aber gefällt das Gebäude ein bisschen? Ja, ich fand es ganz positiv. Mein Papa war schon hier am Lycée, mein Großpapfer hier am Lycée. Die waren da schon in einer Relation zu diesem Lycée. Welche Herausforderungen richtet ihr denn an der Schule? Verwachtungen, dass mein Kind hier gut lernt und dass er sich entfalten kann und ja, dass es seinen Weg gut macht. Habt ihr schon einer Schule besiegt? Nein, noch nicht, aber ich habe schon ein Kind hier an dieser Schule. And ihr seid zufrieden? Sehr zufrieden, bis jetzt sehr zufrieden, ja. Habt ihr erkannt, dass hier an der Lycée kommt? Ja, das ist mein Mädchen, das wird an der Lycée herkommen, das will auch herkommen. Und die für sie mal auch helfen, dann ist es heute vorbei, in einen Grund zu gucken. Gefällt dir schon an der Lycée, wie es lohnt? Die Lycée gefällt mir. Ich war 1977, als ich habe es gesehen und heute hat man ein bisschen anders das alles gesehen. Das ist einfach nachher mal flott. Ich weiß ungefähr, wie viele Schülerhäuser sind. Ich meine 20.000. Nein, ich weiß das nicht. 500. 800. 200. 200. 200. 200 oder so, ja. Weißt du da, wie der Direktor ist? Nein, das weiß ich nicht. Nein, ich habe es vergessen. Nein. Auch nicht. Ich weiß, es ist eine Familie, der Name ist Till. Lycée Till in Englisch. Für was ist der Lycée gekommen? Ich fand es interessant, auch nach der Schule zu kommen. Und ich bin immer zwischen dem jungen Lycée und dem Mädchen und dem Lycée. Und ja, da sind sie zu gucken. Ich bin immer nämlich. Ich bin immer zwischen dem Mädchen und dem jungen Lycée. Es war auch ein Lob, Sathiem. Es war eine schöne Zeit. Aber alle Menschen haben mich alle.